Entwicklungspolitische Themen sind genau dein Ding und du hast deine VWA zu einem Thema Migration, Frauenrechte, Umweltpolitik, EU oder eines der vielen anderen Themen geschrieben, dann nutzt auch deine Chance und reiche beim C3-Wort ein. Ich habe das 2019 auch gemacht und mit meiner VWA über den Syrien-Krieg sogar gewonnen und ich bin überzeugt, dass besonders junge Menschen fähig sind, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und Lösungsansätze zu finden, weil sie noch sehr kreativ denken. Bist du auch überzeugt, dass du das kannst und weißt, dass du eine Chance hast zu gewinnen? Dann nutze auch deine Chance und reiche ein. Bis zum 30. April ist das möglich. Viel Glück!